Hallo Leute und willkommen hier heute mal zu einer neuen Tierlist hier auf meinem Kanal und in der heutigen Folge ist es endlich soweit. Wir werden alle Star Wars Filme, die in der Skywalker Saga soll gesagt sind, also nicht Rogue One oder Star Wars Solo oder so, sondern wirklich nur die neuen Hauptepisoden ranken und zwar von schlecht zu gut und ja Leute, ich würde sagen, Lami ist auch gar nicht so vor rum und legen wir direkt los. Let's go! So, okay Leute, man sieht, hier sind die zwei chronologisch geordnet, allerdings werden wir einfach von schlecht zu gut gehen und ja Leute, wie gesagt, es sind nur die richtigen neuen Episoden der Skywalker Saga und genau. So Leute, wie es viele wahrscheinlich schon gedacht haben und die, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, bin ich absolut kein Fan von der Sequel Trilogie wie die meisten und das ist auch kein Geheimnis, jetzt ist es wirklich wie immer eigentlich zwischen diesen beiden Teilen, welcher für mich der schlechteste ist und ich gehe, was wird's, mit Teil 8. Für mich ist Teil 8, also Episode 8, ähm, der schlechteste Star Wars Teil beziehungsweise die schlechteste Star Wars Episode überhaupts und ja, der Grund dafür ist, dass es einfach nichts Positives an diesem Film eigentlich gibt. Die Story gibt keinen Sinn, ähm, der Film ist unnötig in die Länge gezogen, der Plot in dem Casino ist komplett unnötig und dumm, ähm, die Szene mit Admiral Hondo und so und alleine, äh, die Person ist komplett weird, Leia lernt plötzlich das Fliegen im Weltraum, ähm, ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, weil mir bricht das gefühltes Herz so einen Scheiß zu sagen über Star Wars, aber das ist halt in diesem Teil wirklich leider so. Ähm, die einzigsten zwei guten Aspekte in diesem Teil sind die Grafik, aber das ist jetzt auch nichts Neues, das ist ja einfach besser, die Explosives und so sind echt krass gemacht, das muss man sagen, und die letzte Szene, wo Luke gegen Kylo Ren kämpft, als Hologramm mehr oder weniger in Anführungszeichen, finde ich okay, inklusive dieser letzten Szene halt, ist okay, ähm, jetzt nicht extrem gut, aber ist noch okay und der Rest ist eigentlich einfach nur Trash aus meiner Hinsicht, ähm, und deswegen ist es für mich der schlechteste Star Wars Film. Ja, Leute, dann kommen wir direkt zum nächsten Film und wer hat's gedacht, es ist Episode 9, wenn wir sagen, es gibt 100 Punkte, ist Episode 9 um einen halben Punkt besser als Episode 8, ähm, also es macht's nicht viel aus, aber in meiner Hinsicht vielleicht noch ein bisschen besser, dass der halt einfach der finale Teil ist, aber auch hier muss ich sagen, der wird einfach nur übertrieben krass dargestellt oder halt, ja, hochgelobt oder wie man es auch sagen will, es ist einfach ein bisschen übertrieben, die letzte Szene ist auch dort relativ okay, würde ich mal sagen, ähm, aber auch hier, da wo Rey die ganze um den, im Todesstern, im Abgestürzten rumläuft und so, das ist einfach unnötig, genauso, dass es mir diese riesen Sternzerstörerarmee gibt, was heißt keinen Sinn, aber habe ich jetzt auch nicht gut wirklich gefühlt und allgemein auch hier der Story und der Plot ist einfach in meiner Hinsicht trash und deswegen ist Episode 9 tatsächlich hier Teil 8 in dem Ranking, aber auch nur knapp über, ähm, Teil 8, also Episode 8 und genau, Leute, jetzt wird's schon interessanter, welcher von diesen Teilen hier der, ich würde sagen, jetzt der beste davon ist und ich muss sagen, zwischen Teil 7, äh, zwischen dem Platz 7, sorry, und, äh, dem Platz 8 ist jetzt schon wieder eine größere Lücke, wenn wir wieder von unseren 100 Punkten ausgehen, ausgehen, würde ich sagen, das sind schon wieder 20 Punkte jetzt dazwischen, er hier bekommt von mir einen Punkt, er hier eineinhalb Punkte von mir und hier sind's dann schon über 20, 30, würde ich mal sagen, so, Leute, es wird spannend, welcher Teil ist für mich von diesen hier der schlechteste und ich muss sagen, wie gesagt, jetzt sind die Unterschiede nicht mehr ganz so groß, aber ich werde mit Teil 7 für Platz 7 gehen und somit liegt tatsächlich die gesamte Sequel Trilogie auf den letzten drei Plätzen, ähm, ich muss sagen, Teil 7 hat an sich mir gar nicht so schlecht gefallen, ähm, Teil 7 ist echt gutes Potenzial gewesen, ich muss sagen, dort in Teil 7, wo ich den gesehen hab, bevor Teil 8 und 9 rausgekommen ist, hat mir's gar nicht so schlecht gefallen, also, ich muss sagen, diese dritte Todesstelle in Anführungszeichen war ein bisschen not so nice, würde ich mal sagen, das spielt mir den Film auch nochmal ein bisschen runter, weil das dritte Mal das hintereinander, die zwei Todessterne waren gut konzipiert, aber das dritte Mal war wirklich unnötig, ähm, allerdings war für mich der Film ganz okay, gerade die Hux, ähm, also generell Hux-Rede fand ich echt nice, eine gute Szene, aber auch allgemein der Plot und so war ganz okay, würde ich sagen, ähm, die, wie gesagt, die Charaktere hatten gutes Potenzial, welches halt leider von Episode 8 und 9 dann ziemlich schlecht umgesetzt würde, ähm, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, kann ich nur wiederholen, war der Film okay, relativ unterhaltsam, wenn man das erste Mal gesehen hat, ja, eine Szene, wo mich gestört hat, wie gesagt, war halt der Tod von Han Solo, ähm, durch Kylo Renns Hand in Anführungszeichen, durch Kylo Renns Lichtschwert, ähm, aber da ja, ähm, Harrison Ford, so wie gesagt, aufhören wollte, ist es für mich nicht ganz so schlimm, wie jetzt bei, ähm, den anderen Teilen von dem Plot her, deswegen kommt für mich Teil 7 auch auf Platz 7, so Leute, und jetzt machen wir weiter, welcher Teil kommt als nächstes und jetzt, Leute, es tut mir tatsächlich echt leid an alle Original-Trilogie-Fans, ich werde jetzt nicht die ganze Original-Trilogie vor der Sequel-Trilogie, äh, vor der Prequel-Trilogie ordnen, aber einen Teil von der Original-Trilogie wird jetzt als nächstes kommen, und, ähm, ich werde es einfach mal kurz und sprachlos machen und schmerzlos, es ist Teil 4. So, Leute, bitte hatet mich jetzt nicht weg, aber ich bin hier ehrlich in diesem Video, und ich finde, der Film an sich ist natürlich nicht schlecht, und man muss auch berücksichtigen, dass es der erste Star Wars-Film ist, aber, wenn ich zu mir ehrlich bin, wenn ich den mir zu krass und zu oft anschaue, nach dem zweiten, dritten Mal, schläft man in vielen Szenen einfach ein. Die Schlacht von Jarwin zum Schluss ist echt nice, das muss man sagen, deswegen ist er hier auch auf Platz 6, und wie gesagt, ich möchte es nur wiederholen, die Abstände wären jetzt natürlich auch kleiner zwischen den Teilen, allerdings, die gesamte Anfangsstory auf Tatooine finde ich absolut langweilig. Der Lichtschwertkampf, der erste und einzigste in Star Wars, ist halt eigentlich auch langweilig. Ich weiß, die Technik und so, die war damals nicht so weit, aber wir müssen auch wirklich einfach den Film an sich ranken, und wir dürfen jetzt nicht zu krass berücksichtigen, von wann der ist. Die Story auf dem Todesstern fand ich ganz nice, ich fand auch, wie gesagt, die Schlacht nice, und allgemein, der Plot war an sich schon okay, allerdings, wie gesagt, die Umsetzung und halt insgesamt, der Film fand ich jetzt nicht zu krass. Natürlich, für die, die den damals ganz am Anfang gesehen, bevor es andere Star Wars-Teile ging, die haben das natürlich anders aufgegriffen, aber ich bin halt mit den Prequels groß geworden, und deswegen kommt für mich Teil 4 nur auf Platz 6, in Anführungszeichen, aber noch vor den Sequels. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Teil, und, ähm, ja, wenig überraschend wird das Teil 1 sein, also Episode 1, ähm, ich finde den Film im Großen und Ganzen underrated, ich fand den Film definitiv nicht schlecht, er hat mich gut unterhalten, direkt am Anfang, relativ Action, sag ich jetzt mal, auf dem, ähm, Kontrollschiff der Handelsförderation, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen, auch mit den Droidekas, die man das erste Mal sieht, und die Jedi als Botschafter und so, fand ich eine gute Story, dann, wie die, äh, Droiden halt auf Naboo gelandet sind, und so weiter, ihr kennt ja die ganze Story, fand ich nice. Die ganze Sache auf Tatooine mit Anakin fand ich auch okay, ein bisschen zu lang, aber ich will jetzt hier nichts haten, niemand macht einen Film, was heißt perfekt, aber halt, genauso wie ich das empfinde, andere finden es vielleicht ganz nice, das Portrinnen war eigentlich auch ganz okay, ähm, und, ja, im Großen und Ganzen finde ich allerdings den Film im Gesamten einfach nicht ganz so gut, wie die restlichen verbleibenden Filme, und damit, ähm, ja, finde ich das Ganze halt in dem Fall nur, ähm, auf Platz 5 würdig, soll ich gesagt. Okay, Leute, dann sind noch vier Filme übrig, und jetzt werden mich vielleicht wieder welche etwas wegheten, die diesen Film als Platz 1 sehen, ich sehe ihn allerdings nur als Platz 4, und zwar, wie man schon gesehen hat, Episode 5. Ja, Episode 5 ist einer der besten Filme der Originaltrilogie und allgemein von Star Wars. Wie gesagt, die Abstände jetzt werden definitiv kleiner. Es wird euch wahrscheinlich überraschen, dass ich Episode 2 jetzt noch nicht, immer noch nicht irgendwo gerankt hab, ähm, allerdings werde ich, ähm, Episode 2 noch nicht auf Platz 4 ranken. Und ich kann euch auch erklären, warum. Erstens, wie gesagt, ich bin mit dem Prequels groß geworden, und zweitens, ähm, ich finde, dass Episode 5 einiges sehr, sehr viel besser gemacht hat als Teil 4. Teil 4, ähm, zwischen Teil 4 und Teil 5 gibt's wirklich große Unterschiede. Ist ja der zweite Star Wars Film. Die Licht, der Lichtschwertkampf auf der Wolkenstadt, hundertmal besser als der davor. Ähm, der Plot, richtig geil, wirklich. Dann der Anfang, auch Direction, Action, äh, Reich, vor allem, Action, Reich auf Hoff. Ähm, allgemein die Story, nice. Ähm, ich muss auch sagen, mir hat auch sehr gut gefallen, die ganze, ähm, der ganze Zwischenplot zwischen, ähm, äh, Hoff und, ähm, der Wolkenstadt. Ähm, okay, das ein bisschen auf, ähm, mit Yoda und so, ja, ist okay. Hat mich jetzt nicht weggehauen, aber, ähm, im Großen und Ganzen finde ich den Teil auf jeden Fall nice, wie dann Luke auch aufbricht, um sich seinen Vater, in Anführungszeichen, zu stellen. Er weiß es ja noch nicht direkt. Ähm, ähm, also er weiß es eigentlich gar nicht. Und, ähm, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall geil. Natürlich auch die ikonische Szene I'm Your Father von Darth Vader, auch mega geil. Ähm, allgemein, die Technik auch schon ziemlich fortschrittlich, mehr will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Mir hat der Film im Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Aber, in meiner Hinsicht, nur Platz 4, in Anführungszeichen, auch wenn der Platz 4 echt schon ein echt guter Film ist. Okay, Leute, dann kommen wir als nächstes dieses Mal aber wirklich zu Episode 2 aus meiner Hinsicht. Warum Episode 2 bis da oben ist, ich finde den Film tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde, man sieht, wie Anakin Lamsang, aber sicher wirklich schon wieder Richtung dunkle Seite geht. Er hat seine Szene auf jeden Fall drin, seine gewalttätigen Szene, in Anführungszeichen. Man sieht, wie seine Mutter stirbt, ähm, man hat einige Szene mit den Tastenräubern und so, auch auf, äh, Tatooine. Ähm, man kriegt noch ein bisschen Hintergrund von, ähm, Anakins, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Stiefeltern, oder? Wenn man das so sagen kann. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, nicht, dass ich was Falsches sag, ähm, halt auf Tatooine. Und, ähm, genau, weiterhin sieht man halt einfach den Anfang der Klonkriege und ich bin halt nun mal mit Clone Wars und den Prequels halt groß geworden und damit, ähm, finde ich persönlich Teil 2, beziehungsweise Episode 2, als kein schlechter Film. Das Lichtschwert-Duell am Schluss ist auf jeden Fall auch echt nice. Das Duell von Obi-Wan und Anakin gegen Dooku war jetzt nicht richtig krass, aber war definitiv unterhaltsam. Das gegen Yoda war natürlich richtig geil. Und, ähm, die Schlussszene war jetzt zwar nicht so krass, aber, ähm, es war ja auch kein krasses Ende, sondern es war ja halt einfach der Beginn, so wie gesagt, der Klonkriege, dann auch später noch mal mit, ähm, der Szene, wo Palpatine und ein paar Senatoren über die Klonarmee, ähm, schauen, wie sie dann losgeschickt wird auf die gesamte Galaxis und deswegen alles in einem für mich Top 3 aller Star Wars Filme. Okay, Leute, dann bleiben uns jetzt noch zwei Filme übrig. Und jetzt ist es echt krass, dass, wahrscheinlich habt ihr damit nicht damit gerechnet, dass es Teil 6 soweit schafft, bei Teil 3 wahrscheinlich eher. Allerdings, wahrscheinlich, wie ihr es jetzt auch erwarten wird, kommt Teil 6 auf Platz 2 und damit, ähm, Episode 3 auf Platz 1. Ähm, dazu aber noch später, erstmal noch zu Episode 6. Ich persönlich, meiner Meinung nach, der beste Film der, ähm, Originaltrilogie bis auf Platz 2. Ähm, ich persönlich fand diesen Film echt wirklich geil. Einer der unterhaltsamsten und chilligsten Filme anzuschauen, wenn man mal wieder Abwechslung von Clone Wars oder so sehen will und der Prequel-Trilogie schaue ich sehr gerne auch, ähm, Teil, ähm, Sex erneut an, wie auch Rookborn zwischendurch, aber die werden jetzt hier nicht gerankt. Ähm, ich persönlich fand den Film geil, der Plot war geil, die Szene auf Endor und dann der Schlacht im Weltraum und auch noch der Schlacht beziehungsweise dem Kampf zwischen Vader und Luke gleichzeitig, fand ich echt ziemlich geil. Auf Endor genügend Action und, ähm, mit den E-Box natürlich chillig, ähm, so wie auch das, ähm, Luke, so wie gesagt, akzeptiert hat, dass Vader sein Vater war oder halt Anakin der Vater von Luke ist, ähm, wie sich dann Luke, ähm, auch gegen Vader im Todesstern stellt oder auf dem Todesstern und, äh, wie Palpatine versucht, ihn natürlich auf die dunkle Seite zu ziehen, auch mega geil. Die Schlacht vom zweiten Todesstern über dem zweiten Todesstern natürlich auch mega geil, wie sie dann in den Reaktor fliegen und ihn dann da hochjagen. natürlich der Tod von Vader, auch eine ziemlich krasse Szene in dem Film, wie er dann auch noch verbrannt wird auf Endor und so weiter. Und, ähm, ja, auch die Story ganz am Anfang, die ich schon fast vergessen hätte, mit Jabba und so, fand ich, was viele gar nicht so geil fanden, ich tatsächlich nice. Ähm, man sieht, wie Jabba, so wie gesagt, stirbt, man sieht, wie Luke halt, Han Solo vom Carboni, so wie gesagt, wieder befreit, ähm, man sieht den angeblichen Tod von Boba Fett, der natürlich überlebt hat, wie alle wissen, oder hoffe ich jetzt mal, dass ich euch nicht gespoilert habe, ähm, Book of Boba Fett zeigt das Ganze ja, ähm, und, genau, Leute, deswegen finde ich persönlich Episode 6 als der zweitbeste Teil der Star Wars Trilogie und auf jeden Fall ein Film, den man oft rewatchen kann und immer Spaß macht. Und damit kommen wir zum ersten Platz und wer hätte es erwartet, natürlich zu Episode 3, Die Rache der Sith. und ich glaube, ich muss euch nicht viel erklären, warum ich diesen Film als absolut Platz 1 gerankt habe. Ich kann es noch mal wiederholen, ich bin mit dem Previous aufgewachsen, Pluspunkt, es ist das Ende der Klonkriege, Pluspunkt, es geht direkt mit Action schon los, auch schon mal ein Pluspunkt, ähm, der Film ist einfach unterhaltsam, es passiert so viel in diesem Film, Grievous ist zu sehen, Doku ist zu sehen und ja, auch wenn alle meine Lieblingscharaktere aus Star Wars, so ziemlich fast alle, sterben oder zumindest umgewandelt werden, in Darth Vader soll ich gesagt, ähm, ist es mit Abstand, noch mal ein bisschen Abstand zu Episode 6, mein Lieblingsfilm aller Star Wars Filme und auch wenn wir jetzt alle anderen Star Wars Filme wie Clone Wars, Rube One und so mitgerankt hätten, wäre das trotzdem natürlich Platz 1, ähm, einfach wenn man Star Wars schauen will, Action sehen will und auch emotional was anschauen will, Episode 3 auf jeden Fall, mein Favorite Film und ich würde auch Episode 3 jedem empfehlen anzuschauen, der ihn erstens noch nicht gesehen hat oder einfach einen unterhaltsamen Star Wars Film anschauen will und ja, mehr gibt's nicht zu sagen, Episode 3, einfach mit Abstand, mein Favorite Film und, ähm, genau, Leute, die Techn, und die Technik, die ist auch echt krass in Episode 3, also von den ganzen Grafik, ähm, und von den, ähm, Special Effekten und so weiter, echt geil. Okay, Leute, dann, wie gesagt, das wär mein Ranking, ähm, wie gesagt, Episode 8, 9, 7, 4, 1, 5, 2, 6, 3, und, ja, Leute, schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare, schreibt euer Rank in die Kommentare, wenn ihr das haben wollt und, äh, wenn ihr, wenn ihr das wollt, so wollte ich sagen, weil mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, was ihr zu diesem Ranking sagt und, ähm, ob ihr es gleich gerankt hättet oder anders, äh, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und, ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe, euch hat's gefallen, jetzt wisst ihr auch meine Einstellung zu den ganzen Star Wars Filmen, der Skywalker Saga und, ja, Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao, ciao!